malzeit herzlich willkommen im videomagazin und einem neuen on tour wir sind weiterhin auf der wald und wiesen tour und heute geht es zum zweiten mal nach vier jahren für uns in den skyline park das ganze ist ziemlich spontan entstanden zwar gestern mittag und wir sind schon da haben wir schon genächtigt und frühstücken jetzt fernstes dosenbrot und kräuterleberfrost aus dem püxel mal gucken wie das schmeckt uschi hat ja noch was anderes dabei nutella ja es ist die sich bewölkt ein bisschen am regnen schauen wir mal wie es wird jetzt mal hat es ström geregnet also ist ja jetzt schon mal besser als letzte mal und es wird bestimmt gleich noch die sonne rauskommen wir machen das schon rocken das kann man machen schmeckt gut ja wie ist das wenn die auf ist wie lange schon die dann verbrauchen es wird immer wieder gibt es starke showers mitarbeiter sind da keine anderen gäste ganz gut nein wir treffen uns heute auch wieder mit jemanden ihr auf jeden fall aus anderen videos kennt wenn ihr dieses video sieht und alle anderen videos gesehen hat und wir machen das beste draus ich habe das regen kondom für die kamera mit und ich habe mich dabei und möchte unbedingt skydrags da jetzt mal fahren so wir sind im skyline park angekommen sind auch schon drin und haben jetzt erstmal das frühstück geändert und das frühstück gibt es für einen euro einen euro brötchen und kaffee kakao oder tee dabei und wurst und käse kostet dann pro scheibe 20 cent extra aber das ist wirklich marmelade ist auch noch for free dabei für den einen euro das ist geschenkt das ist absolut krass ist ein krasses gutes angebot und wenn ihr hinfahrt braucht ihr vorher glaube ich nicht frühstücken das könnt ihr dann hier getrost machen das ist schon mal sehr nice mein name ist joachim löwenthal ich bin 62 jahre alt bin bin inhaber und betreiber des skyline parks und unser ziel ist es auch eine der größten achterbahnen deutschlands nicht nur deutschland europas hobby mein hobby zum beruf oder mein beruf zum hobby gemacht habe mein hobby zum bauten mein hobby zum bauten mein hobby zum bauten Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also hier ist unsere quasi menschliche Zentrifuge drin, unser Zero-Gravide, ein echt heftiges Fahrgeschäft. Wir sind jetzt am Skyler Park, es hat schon fast aufgehört zu regnen, es war jetzt mal wieder ein kleiner Schauer. Wir gehen jetzt erstmal in eine Runde mit der Marketing-Mitarbeiterin hier durch den Park und erläutert uns so ein bisschen. Und jetzt gucken wir uns gerade erstmal in die Wasserfontänen-Show an. Und jetzt gucken wir uns gerade an. Vor unserem Dauerbrenner, also es ist eine Anlage, die bei uns bei SB FISA momentan wirklich verkauft wird, am laufenden Band. und dann gucken wir uns gerade an. Die bei uns sind ganz wichtig. Und jetzt gucken wir uns gerade an. Von Dauerbrenner, auch mal wieder. Und jetzt gucken wir uns gerade an. Und jetzt gucken wir uns gerade an. Wir haben uns gerade an. Kosa-Tour oder Essens-Tour? Ich geh wieder lieber auf unsere schnellen SP-Fieserfahrt, ja. Machen wir lieber ein frei, damit hätten wir eine schöne Aussicht. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Hey, hallo, Freunde. Ja, wir waren dann jetzt nur kurz vorne an der Verwaltung. Diana war leider schon weg. Ein herzensguter Mensch einfach. Die haben uns heute den ganzen Park gezeigt und rumgeführt. Und macht das einfach aus Leidenschaft hier. Also man merkt das auch richtig voll cool. Aber auch alle anderen vorne jetzt gerade mega cool, super sympathisches Team. Hat echt Spaß gemacht. Wir kommen gerne wieder. Eventuell bald schon. Ja. Und ja, uns hat's auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und absolute Steigerung. Wir waren vor vier Jahren hier und im Vergleich vor vier Jahren und jetzt. Krass, wie sich der Park gewandelt hat und ja, verbessert hat und sich verändert hat. Und das ist auf jeden Fall cool. Und wir fahren jetzt, ne? Oder gibt's noch was zu sagen? Nee. Einfach super positiv überrascht und begeistert. Parkcheck wird natürlich kommen. Und äh, Interview, Reportage und so weiter und so fort. Das übliche kennt ihr ja von uns inzwischen. Und wir fahren dann jetzt zum nächsten Ziel für die nächsten zwei Tage. Die werden dann auch wahrscheinlich nur ein Vlog, weil wir da nicht viel vloggen werden können. Hm. Hahaha. Ja, werden wir mal sehen. Ne? Wir fahren jetzt erst mal. Ja. Und melden uns gleich nochmal. Tschüss. Ippika, yo. Ey, mach mal die Tür zu, es regnet. Ja, ähm, wir haben jetzt noch was gegessen. Sind jetzt in Zielnähe für morgen. Was machen die da? Ich hab keine Ahnung. Äh, haben jetzt so einen abgelegenen Parkplatz hier an einem Friedhof gefunden. Und hier übernachten wir jetzt auch. Äh, haben erst noch überlegt, ob wir das Hotel, was wir morgen haben, jetzt schon eine Nacht vorher buchen. Aber, äh, das war alles ja noch nicht klar, was wir heute machen. Und es war alles offen und unsicher. Und wir wussten nicht, wo es hingeht. Und wann wir es schaffen. Und dann haben wir es halt gestrichen. Und nächtigen jetzt hier. Geil war, wir waren eben bei Norma. Und da waren dann, äh, also irgendwie war es schon zu. Und dann waren noch zwei Mädels da. Also es war halt auch schon dunkel. Und da haben die ja Vollgangskarte lang geschlichen, wussten nicht wohin mit sich. Und dann gab es im Verkaufsbereich, wo die mich nicht gesehen haben, weil die noch in dem Gang war, konnte man einen Ball kaufen. Dann bin ich mit dem Ball um die Ecke. Ich hab schon auf euch gewartet. Und die eine wollte schon weglaufen. Voll Panik. Dann hab ich die ausgelassen. Dann haben die natürlich weiter gelacht. Und dann bin ich einfach noch durchs Real mit dem Arm. Das war der Kauni. Ja. Und bist du doof? Da ist echt viel zu nass drauf. Weißt du, wie das aussieht? Ich komm hier gar nicht. Wie jedes Mal, wenn ich in den Zeltouren in England einsteigen wollte. Komm hier rein. Ja, und wir wollten jetzt eigentlich uns vor das Auto setzen, ein bisschen chillen, ein Bierchen trinken. Das ist jetzt grad scheiße. Jetzt gerade fängt es an, wo wir losgefahren sind. Also wir waren auch essen eben. Und jetzt, wo wir hier rüber gefahren sind, hat das angefangen. Das ist so ütschig. Mann. Mann. Wir wollten uns doch hinsetzen mit Bierchen. Mann. Mann. Warum bin ich eigentlich so behindert? Das frag ich mich auch jedenfalls. Warum? Tja. Mehr passiert heute glaube ich nicht. Abonniert diesen Kanal auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Schaltet auch beim nächsten On-Tour-Vlog wieder ein. Weil dann seht ihr, was wir morgen und übermorgen machen. Das ist nämlich ein Zwei-Tages-Aufenthalt. Hu 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 hu. Und wann das kommt, weiß ich nicht. Aber jeden Tag 18 Uhr ein neues Video hier auf dem Kanal. Support-Kanäle checken. Ich. Und wir wissen nicht, was wir tun. Also wissen nicht, was wir tun. Boah. Schönst Dreck! Ich warte hier. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ich. Entweder M jogo. Es bist mit mir immer wieder ein Tag vor.